Musik Nach der Anstrengung der Arbeitszeit, Schulzeit oder Studium braucht jeder einen vollwertigen Urlaub. Und am besten macht man das im Sommer. Der Sommer ist die Zeit der Entspannung. Jeder erholt sich anders. Einer fährt auf die Kanarische Inseln, der andere macht eine Kreuzfahrt und der dritte entspannt sich einfach und es ist ihm egal, wo er es macht. Die Hauptsache ist die Ausspannung. Die meisten möchten sich ab und zu kräftigen und kuren, um während der Arbeitszeit fit zu sein. Es gibt hunderte Weisen, wie die Urlaubszeit zu verbringen. Es hängt von der Jahreszeit oder von den Wünschen der Erholungssuchenden ab. Freizeitparken gehören auch zu den Erholungsorten. Der Erlebnispark Schloßdurm ist ein Freizeitpark bei Heroldsbach. Der Freizeitpark liegt in einem alten Schlosspark mit einem alten Baubestand, unter anderem mit einer 400 Jahre alten Eiche. Für Eltern und Großeltern ist der Erlebnispark ein ideales Ausflugziel, um mit dem Nachwuchs einen erlebnisreichen Tag inmitten einer herrlichen Landschaft zu verbringen. Erlebnispark ist der Erlebnispark ist der Erlebnispark. Erlebnispark ist der Erlebnispark. Der Park wurde 1975 eröffnet. Der heutige Besitzer des Schlossesturm, Handtritt Graf von Benzelssturm, Frieder Hornex, hat den Schlosspark zu einem Erlebnispark umgestellt und sei der Eröffnung ständig erweitert. Er wohnt mit seiner Familie auch heute im Schloss. Neben zahlreichen Fahrattraktionen, wie zum Beispiel einen Familienachterband, Dampf, Einfluss, 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 Einfluss. Mit einer Eisenbahn, Wildwasserbahn, einen Wasserbob, Schwebebahn, Lunalu, Butterfly und vieles mehr wird ein attraktives Showprogramm geboren. Mit einer Eisenbahn der Rettung aus dem Unterhörerung, den Schlosspark zu vertrenden, pastoralen Mittal, eine Erlebnispark. Mit einer Eisenbahn übernommen. Mit einer Eisenbahn-Gloß schief die Erlebnispark. Mit einer Eisenbahn-Gloß-Allerung-Frau. Mit einer Eisenbahn-Allerung-Gloß-Spark. Mit einer Eisenbahn-Allerung-Als-Frau-Org-Eys-Hör-Art. Das war's für heute. Ich werde das mal auf dem Weg gehen. Oh, ich bin es. Oh, ich bin es. Oh, ich bin es. Nein! Musik Untertitelung des ZDF und Forman Hallo Hallo Der Erlebnispark Schloss Turm ist der einzige Freizeitpark in Deutschland mit täglich echten Rittertournir. Und an dieser Stelle ein herzlichen Dank an meine Hilfe. Vielen Dank für's Ende. Und nun sagt doch mal böse Seite, was haltet ihr von den guten Ritter hier? Wohl nicht allzu viel. Und sagt ihnen, das gehen ja die Böse, Leute! Aufstehen! Aufstehen! Heimlich! Und aufstehen! 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 So viel ist sicher. Reisen und Urlaub tun immer gut. So viel ist sicher. 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 So viel ist sicher.